Hallo und herzlich willkommen hier bei GoFahrenFast, dem ProCharisma-Podcast. Es ist ziemlich lange her, dass wir uns das letzte Mal bei dir gemeldet haben. Ich schätze aber mal, dass du auf dem aktuellen Stand bist. Falls nicht, schau doch einfach mal in unsere Facebook-Gruppe Dein digitales Charisma, damit Menschen bei dir kaufen wollen, vorbei. Es ist wahnsinnig viel passiert, seitdem ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe und hätte mich vor zwei Wochen gefragt, ob es mal wieder Podcasts gibt von mir oder von uns. Ich glaube, Mama hat zwischendurch mal ein paar gemacht, dann hätte ich das mit Sicherheit verneint. Aber Impulse sind ja darum, ihnen zu folgen und deshalb hörst du gerade diesen Podcast. Ich laufe gerade durch unsere neue Villa hier auf Zypern. Das ist wohl somit die größte Veränderung, die es gab in den letzten Wochen und Monaten. Das hast du bestimmt schon mitbekommen auf Social Media, Facebook. Wir sind jetzt komplett nach Zypern ausgewandert. Also komplett halt. Ja, ich schaue hier jetzt gerade über den Infinity Pool, hinter dem jetzt die Sonne untergeht. Warte, ich gehe mal eben nach draußen. Lass mich mal die Terrassentür aufmachen. So, jetzt stehe ich hier bei uns auf der Terrasse, schaue hier auf den beleuchteten Infinity Pool und sehe dahinter eine ziemlich tiefe Schlucht. Die ist so grün bewachsen. Auf der anderen Seite der Schlucht stehen auch viele andere Villen. Die neue Villa von uns steht hier in einem Fünf-Sterne-Resort. Und ich finde, das ist einfach eine total geile Möglichkeit für Podcasts. Du kannst dir hier so geil die Energie ziehen. Und ja, ich hatte einfach den Impuls, eigentlich muss ich hier nur durchlaufen und erzählen, was ich so sehe. Und einfach was gerade bei mir im Kopf vorgeht, was ich so mache den ganzen Tag. Beziehungsweise was wir machen, was wir planen. Und du kannst dir die ganze Zeit die Energie ziehen und fleißig quasi manifestieren. Jetzt muss ich mal kurz auf mein iPhone schauen, ob hier die Aufnahme, ob das alles passt. Aber ich schätze mal schon. Ja, also wie sieht es hier gerade aus? Ich schaue hier jetzt über den Infinity Pool in diese Schlucht. Ich sehe auf der anderen Seite die Villen. Es sind gerade, man sieht wirklich sehr deutlich, einfach die Zielgruppe sind nur bei ganz, ganz wenigen brennt Licht. Ich schätze einfach mal, dass um die Jahreszeit sind viele dann irgendwie in ihren Anwesen, vielleicht in der Schweiz oder so oder in England, den Winter genießen. Und hier in dieser Nebensaison quasi kommen vielleicht nicht so viele dann hier jetzt nach Zypern. Aber ich liebe diese Energie hier gerade einfach. Es ist auch gerade, man sieht jetzt so die ersten Sterne am Himmel. Und wenn die Schlucht da vorne endet, blicke ich sie ja aufs unendliche Meer, auf den Ozean, unter dem gerade die Sonne untergeht. Sie ist schon untergegangen. Man erkennt nur noch so ein bisschen das Rot am Himmel. Und das ist total krass gerade eigentlich. Weil wenn man hier so steht, das ist wirklich eins zu eins wie aus so Hollywood-Filmen, die irgendwie in so Beverly Hills spielen oder so. Eins zu eins, so sieht sie halt aus. Also wenn ich morgens joggen gehe, fährt die ganze Zeit Security an mir vorbei. Nur Porsche, Rolls Royce, Bentley. Und es ist einfach so krass, diese Energie hier. Und eigentlich wäre ich auch jetzt gerade in diesem Moment in den USA auf einem Seminar, wollte es auch verbinden mit einer fetten Rundreise. Aber habe spontan gesagt, hey, mache ich nicht. Ich bleibe hier jetzt auf Zypern. Ich war letzte Woche noch in Dubai. Das war noch okay, aber eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Lust auf Reisen und auf lange Flüge. Sondern will gerade hier einfach diese Insel genießen und diese Energie, die es hier hat. Und möchte ich quasi hier in diesem Podcast einladen, dass du dir das einfach die ganze Zeit ziehen kannst und mitmanifestieren kannst. Weil ganz ehrlich, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich vor drei Jahren, ich hätte das hier aufgesogen, alles, was wir rausgeben. Ob das jetzt unsere Instagram-Stories sind oder die Posts in unserer Facebook-Gruppe oder jetzt hier so ein Podcast. Einfach, weil es mich so gepusht hätte. Es hätte mich so motiviert. Und ja, hätte mir vielleicht auch einfach gezeigt, was es noch Cooles gibt. Ja, so an kleinen Spielereien im Leben, an die man vielleicht gar nicht gedacht hätte. So, ich nehme dich jetzt mal kurz mit. Ich laufe jetzt mal den Pool entlang. Es ist jetzt schon ein bisschen frischer. Also ich bin hier barfuß in einer kurzen Hose und T-Shirt. Ich glaube, 2. Februar ist heute. Und es sind jetzt gerade wahrscheinlich noch so 15 Grad oder so. Heute war ein sehr schöner, sonniger Tag mit 18, 19 Grad. Und so, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite vom Pool und kann jetzt noch mehr Villen sehen, wenn ich oben die Schlucht hochgucke. Da ist tatsächlich, da sind ein paar mehr beleuchtet. Da sind ein paar mehr Leute zu Hause. Aber ja, also ich liebe es hier einfach gerade, die Energie. Ich gehe jetzt aber mal wieder rein mit dir, weil es barfuß dann doch ein bisschen zu frisch ist. Bin auch nächste Woche wieder in Deutschland. Da stelle ich mich schon mal drauf ein, auf dicke Pullover und Winterjacken. So, mache ich mal wieder die Terrassentür zu. So, ja, jetzt sind wir wieder drin. Und zwar jetzt hier in so einem, ja, in so einem unteren Living Space. So eine, ja, einfach zum Chillen, total cool. Unser Heimkino ist hier. Hier ist noch eine zweite Küche, wo der, wo ein Koch kochen könnte. Wir suchen ja gerade einen, beziehungsweise ich ja da gerne zwei. Und, ja, der eigentliche Grund oder das eigentliche Thema, worüber ich heute mit dir hier reden wollte, ist genau das, wo es jetzt eigentlich hier die ganze Zeit schon drum geht. Und zwar einfach, sich zu umgeben mit genau dieser Energien, die man eben reinwachsen möchte. Ich glaube, das aller, aller Wichtigste, was du einfach machen darfst, um deine Ziele zu erreichen, oder das, was du auch erstmal verstehen darfst, ist, erst bist du die Identität und dann kommt es auch in die Realität. Also, wenn dein Ziel es ist, eine Million Euro zu verdienen, dieses Jahr oder diesen Monat, oder diese Woche auch, dann darfst du als allererstes in die Identität von dir wachsen, die diese eine Million in der Woche, im Monat, im Jahr schon verdient hat. Zuerst bist du die Identität und dann die Realität. Und da geht es natürlich genau um solche Sachen. Also, wie sieht dein Alltag aus? Wie wohnst du? Mit was für Menschen umgibst du dich? Und vor allem wollte ich heute auch mal darauf zu sprechen kommen, auf diese kleine, feine Ausrede. Ja, das ist ja immer alles schön und gut, aber faktisch wäre das Geld ja jetzt gerade gar nicht da für die Riesenvilla oder für den Porsche oder für die Rolex, whatever. Oder vielleicht manifestierst du dir auch gerade irgendein Coaching, beziehungsweise, ja, manifestierst es dir nicht, weil wenn du es dir manifestieren würdest, wäre es ja schon da. Alles, wofür du dich entscheidest, kommt sofort in dein Leben. Aber hast vielleicht manchmal einfach diese Ausrede parat, ja, jetzt faktisch ist das Geld ja gerade nicht da. Und kann ja auch gut sein, dass es so ist. Also, wenn du jetzt einfach mal dir die Energie ziehen willst, zu Rolex gehst und zu manifestieren und zu visualisieren und du probierst deine Traumuhr an, kommt vielleicht halt im Kopf diese Stimme, ja, faktisch könntest du es jetzt halt gerade nicht kaufen. Und da habe ich einfach gerade ein total geiles Beispiel. Ich gehe mal in mein Schlafzimmer, das ist nämlich hier unten auf dieser Ebene, wo auch der Pool ist. Und hier ist es nämlich, das ist ein total geiles Beispiel, alle Schlafzimmer in diesem Haus sind gebaut wie eine Suite in einem Hotel. Das heißt, jedes Schlafzimmer hat ein eigenes, sehr, sehr, sehr schönes Bad. Es gibt einen, ähm, so einen Schminktisch, eine Sitzecke, eine, ähm, ja, eine, ein Ankleidezimmer. Und, ähm, das, so war es auch quasi so, wie wir uns das alle bestellt haben quasi. Also genau so hatten wir auch das Bild davon im Kopf. Und jetzt gerade stehe ich, ähm, direkt vor meinem Bett. Haha, das ist so ein, äh, ja, wie im Hotel. Also so ein richtig hohes, so ein Boxspringbett. Ähm, mit so einer ganz hohen Lehne hinten dran. Aus so einem beigen, ähm, oder Champagnerfarbenen Leder. Und davor steht hier auch noch so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein, äh, ja, sowas wie so eine kleine Bank. Auch mit diesem beigen Leder überzogen. Und ich finde, das ist einfach so ein total geiles Beispiel. Weil ich weiß in meiner, ähm, bei meiner großen Identität, also bei mir der 1,62 Milliarden Finn, wenn der abends in sein Schlafzimmer kommt, das Bett ist perfekt gemacht, neben dem Bett steht eine Flasche Fiji-Wasser. Ich finde, die sehen einfach so schön aus. Und es ist quasi alles perfekt zurecht gemacht. Und wir manifestieren hier auf Zypern jetzt schon relativ lange eine Haushälterin. Oder was heißt relativ lange? Also so lange wohnen wir jetzt hier ja noch gar nicht. Aber eigentlich schon vor dem Einzug haben wir angefangen zu manifestieren, dass wir eine haben wollen. Die halt sich um genau solche Sachen kümmert. Und, ähm, tatsächlich jetzt seit vorgestern haben wir eine. Die fängt in einem Monat an. Ähm, aber ich hab jetzt die ganze Zeit, bin jeden Abend, bevor ich eigentlich in mein Schlafzimmer gegangen bin, vorher einmal reingehuscht. Ich hab mein Bett, also ich mach's eh jeden Morgen perfekt, aber quasi nochmal richtig perfekt zurechtgezuppelt. Ich seh hier auch gerade schon wieder, dass da auch noch die ein oder andere Falte drin ist, die da gar nicht rein darf. Also bei mir muss das wirklich alles, äh, perfekt zurechtgezupft sein. Und hab da eben so eine Flasche Fiji-Wasser auf den Nachttisch gestellt, perfekt gekühlt. Und Vorhänge zugemacht. Also quasi wie dieser, ähm, klassische Turndown-Service, den du vielleicht auch aus guten Hotels kennst. Und bin dann wieder raus. Ähm, hab, keine Ahnung, vielleicht irgendwie noch einen Film geguckt oder irgendwas. Und wenn ich dann halt ins Schlafzimmer gegangen bin, abends, um wirklich ins Bett zu gehen, und ich komme hier rein, dann seh ich das und denk dabei richtig so, oh, wow. Also ich lösche den kompletten Part, wo ich mir quasi die Flasche da selber hingestellt hab und das Bett selber zurechtgezuppelt hat, aus meinem Gehirn und komme hier rein und denke, oh, wow, da hat meine Haushälterin hier das wieder alles perfekt hergerichtet. Und genau das ist es, worum es geht. Erst schlüpfst du in die Identität. Jetzt in meinem Fall, in diesem banalen Beispiel, ähm, die Identität vom Film, die diese Haushälterin schon hat, die das jeden Abend macht, ähm, und es geht wirklich manchmal drum, dich selbst zu verarschen. Und wenn du das nächste Mal bei Rolex bist und die Uhr anprobierst, oder vielleicht bei Patek Philippe, bei Audemars Piguet, whatever, und du probierst die Uhr an und bei dir im Kopf will gerade die kleine Stimme kommen, ja, aber ich würde es jetzt gerne kaufen, aber faktisch geht es ja nicht, du verarschst dich einfach. Selbst wenn du der Verkäuferin sagst, ja, vielen Dank, ähm, dann weiß ich jetzt Bescheid, Du gehst aber raus, auch wenn du die Uhr nicht gekauft hast, mit der Vorstellung, du hast die Tüte in der Hand, die Uhr liegt drin und du freust dich deines Lebens. Das ist dein Job, wenn es darum geht, in deine große Identität zu wachsen und dir dein nächstes Ziel zu manifestieren. Du darfst zuerst in diese Identität schlüpfen, du darfst zuerst diese, ähm, dieses, die, das mit allen, mit jeder Zelle aufsaugen, dass es schon so ist, es ist faktisch jetzt schon so, es ist schon dein Leben, es ist schon deine Realität. Und wenn das jede Zelle begriffen hat, dann manifestiert sich's im Außen ganz, ganz schnell. Und dann kommt zum Beispiel hier, plötzlich ne WhatsApp-Nachricht rein, hey, ähm, ich kenn da jemanden, ähm, die wär perfekt für eure, also als Feelgood-Managerin bei euch, ähm, ja, als Haushälterin, die Dame hat sich vorgestellt, halt, das war von Anfang an perfekt und wir haben jetzt eine Haushälterin. Und egal, ob das jetzt das ist oder ob das Geldbeträge sind, egal, was ich in meinem Leben so kreiert habe, das kam immer auf zauberhafte Weise innerhalb von wenigen Sekunden, Stunden oder innerhalb von wenigen Tagen in meinem Leben. Und, ähm, auch als Inspiration, jetzt, äh, wundere ich nicht um den, äh, wegen dem Hall, ich stehe hier gerade quasi, also nicht in, sondern neben meinem Badezimmer, ähm, hier steht aber ein kleines Tischchen, wo mein Laptop draufsteht, und ich muss mal kurz bei Facebook gucken, genau, hier habe ich es nämlich. Ich habe gestern einen Post veröffentlicht, ich mache hier mal die Tür zu, vom Bad, damit das nicht so heilt. Ich habe gestern einen Post veröffentlicht, auf meinem Facebook-Profil, wo ich meine Zahlen aus dem Januar gepostet habe. und, ähm, die haben mich gestern wieder so geflasht, ähm, also es ist nicht nur Umsatz, sondern alles mögliche an Zahlen, ja, also quasi meinen Januar in Zahlen, und die haben mich so geflasht, und, ja, einfach, dass ich wieder dachte, wow, es ist so einfach, und es ist, ähm, also, Manifestationen und diese Kreation, äh, ich habe es einfach drauf, und es ist so einfach, für jeden, und, ähm, ja, also, das erste, was ich hier sehe, über 50.000 neue Social Media Follower für meine Personal Brand, Wahnsinn, also, ähm, der Großteil davon auf TikTok, auf Instagram auch, ganz krass gewachsen im Januar, Wahnsinn, sechsmal geflogen, für meine Verhältnisse eigentlich noch relativ wenig, aber, ähm, war ja das, was ich mir, äh, auch vorgenommen habe, dass ich dieses Jahr mit einer, ähm, ja, etwas langsamen, langsameren Frequenz reisen möchte, also, ich hatte ja letztes Jahr 75 Flüge, ähm, das muss jetzt dieses Jahr nicht mehr sein, ähm, ja, äh, zwei Kontinente im Januar, weil letzte Woche in Dubai, über fünf Millionen Klicks auf meinen Videos, auch davon natürlich ein Großteil auf, ähm, auf TikTok, aber auch viel YouTube, nicht auf meinem eigenen Kanal, aber, äh, auf Interviews, die ich gegeben habe, das waren nämlich auch neun an der Zahl im Januar, äh, äh, im Januar habe ich 35 Mal gespendet, pro Charisma, hat jeden Tag fünfstellige Umsätze gemacht, mindestens, ähm, ich habe zwei neue Firmenbeteiligungen, wir haben wieder im Januar null Euro Verwerbung ausgegeben, ähm, unsere Kunden haben Multimillionen Umsatz gemacht, ich hatte sechs Meetings für neue Projekte und Investments, ging ganz viel um Influencer-Marketing und, ähm, da, äh, eventuell immer was aufzubauen, ähm, ähm, ich habe 45.000 Euro geschenkt bekommen und sechsstellig investiert, ähm, und ich finde, das ist ein Januar, der ist der Wahnsinn, wenn du überlegst, ich bin jetzt 19 Jahre alt und das ist meine Realität, das sind die Zahlen jetzt, einfach aus dem letzten Monat, ähm, unglaublich und das Lustige, woran ich mich immer zurückerinnere, vor einem Jahr war ich, ähm, auf Zypern mit meinem Papa, er war das erste Mal hier und wir haben, ähm, am Strand gesessen und auch auf die untergehende Sonne geguckt und ich glaube, es war am Ende, also so, er war eine Woche da und es war, glaube ich, dann vielleicht schon Tag fünf oder so, also seine Reise hat sich langsam dem Ende geneigt und wir saßen da, haben auf den Sonnenuntergang angeguckt und er hat mich gefragt, Mensch Finn, hättest du dir das vorstellen können, vor zwei Jahren, dass das jetzt heute alles so aussieht und meine Antwort war, ja und ich finde, besser kann man diese Folge eigentlich gar nicht beenden, du entscheidest darüber, was in deinem Leben ist, alles, was gerade da ist, hast du dir bestellt und wenn du mehr, Lust auf mehr von unserer Energie hast, dann komm bitte in unsere Facebook-Gruppe, dein digitales Charisma, damit Menschen bei dir kaufen wollen, ähm, stell eine kostenlose Beitritt, Beitrittsanfrage und, ähm, dann nehmen wir dich da gerne auf, den Link dazu hast du in den Shownotes, ansonsten, gib einfach den Namen in der Facebook-Suche ein, findest du auf jeden Fall, ja, ähm, ansonsten, check auch gerne die anderen Social Media Kanäle ab und, ähm, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, dich in Zukunft hier ein bisschen mehr mitzunehmen, weil ich finde, es ist viel geiler, als sich irgendwo hinzusetzen und was zu erzählen oder mich ins Tonstudio zu stellen, haben wir ja früher sogar noch gemacht für die Podcasts, anstatt, dass ich einfach genau das hier nutze, du dir diese Energie ziehen kannst, wir können ja hier auch mal gemeinsame Spaziergänge machen durch hier die Villengegend und, ähm, ja, kann das einfach alles mit dir teilen und ich finde, gerade als Podcast, viele werden vielleicht sagen, hey, ja, total bescheuert, dann sieht man ja gar nichts, aber ich finde genau das ist das Geile und das ist das Mächtige hier nochmal, eben weil du es nicht siehst, sondern nur meine Stimme hörst, du kannst es dir selber vorstellen, du kannst es selber manifestieren und visualisieren, so wie du das haben willst und, ähm, das Entscheidende dahinter ist ja nur die Energie, ja, und hier in dieser Nachbarschaft, wo wirklich die krassesten Stars der Welt Häuser haben, also, richtig, richtig große Namen und, ähm, ja, das ist einfach total cool. Also, hab einen wundervollen Tag, äh, Abend, äh, oder was auch immer gerade bei dir für eine Zeit ist. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!